Die Aurora Müller stellt Mehl her. Die Marke Diamant, die Marke Aurora, wird hier abgefüllt. Wir stellen Industriemehl her für Großbäckereien, aber wir bedienen auch die Handwerksbäckereien in der Umgebung hier um Hamburg und Schleswig-Holstein. Unser Energiemanagement ist so aufgebaut, dass wir in erster Linie versuchen, Energieverbrauch zu reduzieren. Sei es Motoren, Ventile, Staubabsaugung, nahezu alle verarbeitenden Prozesse sind eben strombasiert. Am Anfang hatten wir 20 Zähler, die wir monatlich abgelesen haben und das wollten wir automatisieren und dafür haben wir halt eine Lösung gesucht. Früher haben wir das ja alles nur in Excel erfasst, einmal im Monat. Das ist dann ein statischer Wert. Man muss rückwärts betrachten und kann eigentlich kurzfristige Schlüsse nicht sehen. Wir haben nach einer Software gesucht, die uns diese Arbeit abnimmt. Wir haben verschiedene Software in uns angeschaut und haben uns dann für den Energiemanager Pro entschieden. Der Energiemanager ist eine große Datenbank, die Daten sammelt. Unsere Zählerwerte, Produktionszahlen, Verbräuche, alles was wir dort anschließen können. Durch den Energiemanager Pro haben wir Transparenz gewonnen, Vergleichbarkeit und Erfolgsmessbarkeit für unsere bestehenden Prozesse als auch für Optimierungsmaßnahmen. Und das ist ein unheimlich wertvolles Tool, einmal betriebswirtschaftlich, aber halt auch nachhaltig. Wir sind eben auch in der Lage, selber Reportings zu bauen, wenn wir der Meinung sind, wir wollen hier irgendwas analysieren. Und das hat uns ganz viel vorangebracht. Und da haben wir auch angesetzt, den Energiemanager anzudocken, dass wir Dashboards anzeigen, wo also auch die Müller sehen, ob Anlagen effizient laufen oder auch gerade nicht. Der Energiemanager liefert mir nur nackte Zahlen. Da leuchtet kein Lämpchen auf, wo man dann steht, hier musst du Energie sparen. Sondern ich habe statistische Informationen, die mir der Energiemanager liefert. Bei der Implementierung beginnt das Ganze eigentlich mit einem KPI-Workshop. Das heißt, wir gehen mal zum Kunden direkt, gucken uns auch an, welche Herausforderungen hat er. Ein großer Vorteil von unserem Energiemanager ist, dass wir nicht nur unsere eigenen Siemens-Produkte problemlos anbinden können, sondern dass wir auch Standardschnittstellen verwenden. Unser System ist frei skalierbar. Das ist auch der große Vorteil, dass sich auch der Kunde im Nachgang nach der ersten Implementierung dann selbst eigene Messpunkte hinzufügen kann. Was ihm dann natürlich wiederum hilft, Energie und in weiterer Folge dann auch Geld zu sparen. Weniger Energie zu verbrauchen, bedeutet auch weniger CO2. Wir haben die neue Anlage mit der alten über ein Jahr mal verglichen und haben festgestellt, dass die Walzestühle bei der Neumühle langfristig viel mehr Energie sparen, als was sie kosten. Und, weil man längere Standzeiten hat, braucht man weniger Wartung. Das heißt, man muss sich so auf die Walze wechseln, dass sie auch Geld kostet, Downtime kostet. Und das war eines der größten Aha-Effekte. Wir verbrauchen sehr viel Druckluft hier im Bereich der Filter. Und ein großes Thema hier am Standort ist Leckage. Aber durch dieses Messsystem, Energymanager und Reporting, sieht man sofort die einzelnen Messstationen und sieht eben, dass in dem Bereich Mesilo der Verbrauch gegenüber vor Tag doppelt so hohes ist als Beispiel. Es fällt sofort auf. Vorher hätten wir das gar nicht gemerkt. Da wäre die Druckluftleckage gezischt. Und wenn man das nicht sieht, dann merkt das keiner. Und dadurch kriegen wir sowas immer ganz schnell raus. Übers Jahr gesehen sparen wir ungefähr 30 Prozent der Druckluft ein. Das ist sehr deutlich zu sehen im Reporting. Die Goodmills Group ist ja europaweit tätig. Wir haben den Energymanager Pro deutschlandweit in unseren sechs Mühlenstandorten aktiv. Da wird täglich mitgearbeitet. Dadurch haben wir ein transparentes Bild über die Standorte. So können wir also Benchmarken unter unseren Mühlen innerhalb der Gruppe und daraus halt auch Optimierung ableiten. Wir sind jetzt gerade in der Evaluierung, das auch in den anderen Ländern weiter auszuräumen. Wir sind jetzt gerade in der Evaluierung. Wir sind jetzt gerade in der Evaluierung. Wir sind jetzt gerade in der Evaluierung. Und dann haben wir jetzt gerade in der Evaluierung.